Ich hoffe ich komme da drüben durch die Infanteriebrüche. Ja kommst du, kommst du. Ich habe gesagt über die Infanteriebrüche. Das funktioniert, habe ich gestern noch gemacht. Nicht, aber vorher nicht. Ich hatte die Infanteriebrüche. Okay. Lassen wir gleich mal Ich überlegen, ob du mir einen Attackmarker für Squad 5 gibst Nördlich von Squad 5 Kann ich da von den Traummörsern? Ja man Ich geb 5 bescheuert Mach mir mal einen Attackmarker auf den Smokemarker Dann kann ich da mörsern Mach Du kannst ja auch mörsern, also HE smocken Hm, bin aber Smocken Oh, jetzt laufen die grad durch Sag mal schnell 2 und 6 Bescheid, dass da gleich Mörser runterkommen Die wissen schon, dass da was Kannst du mir einen Attackmarker auf den nördlichen Teil der Stadt geben, auf die du grad zufährst? Also südlich von Morsemetry Ich würd jetzt gerne hier schnell durchfahren, bevor ich's Hm Bombermarke, Bombermarke HE auf Bombermarke Den seh ich nicht Ich schieß mal Schnauze nach Westen A Welcome Das war's. Ja, wunderbar. Geil. Ich wechsle ihn wieder zu Markus in den Squad. Jo, bis nachher. Da bin ich wieder. Beschuss aus Norden. Der hat mich. Wir rennen zu 840. Ich sitze, versuchen, da weiter nördlich noch ein Rallye zu setzen. Markus, darf ich schon in die Stadt rein oder soll ich euch noch unterstützen? Ja. Kannst du, kannst du. Okay. Ich hoffe, die Mörser haben gut gesessen. Ich hab überhaupt keine... Jo, doch. War gut. Wir haben ja auf jeden Fall gecappt. Also hat er was gebracht. Ja, das hab ich jetzt auch... Ohne mich. Der Puma ist jetzt bei dem Fragezeichenmarker. Der fährt weiter zum Punkt, der Puma. MG im Waldstück ausgeschaltet. Boah, die sind... Noch nördlicher, ja. Krass. Ach, scheiße. Lodgy bei mir. Ich mach das nochmal. Verdammt. Ich hoffe, der Schma... Ja, Bombe geht drauf. Super. Da ist fein der MSP und ne Lodgy. Lodgy ist vor mir. Rallye ist auch weg. Max, ich komme. Hebe dich auf. Unser Fop ist heiß. Fop ist heiß. Punkt ist ge... Ja, wahrscheinlich. Schuss, Achtung. Okay, wir laufen. Timo, wir müssen neun Rallye in Richtung Süden. Find Logitruck zerstört. Check, check, check. Wir sind schon hier am Punkt. Ihr habt gecappt. Infanterie südlich am Eingang. Hinter dir. Südlich von dir, Mika. Ein... Die heben die Leute wieder auf. Vorne noch am Haupteingang, oder was? Ja, genau. Die sind jetzt drin, pass auf. Ach, du bist ganz tot. Vor euch, Funka. Ready, heiß, ready, heiß. Ja, Mist, ey. Wir gehen direkt auf den nächsten, direkt auf den nächsten. Richtung Süden, wir gehen direkt auf den nächsten. Yo. Ich höre ein Fahrzeug. Bei mir ist ein Fahrzeug, ich weiß auch nicht was. Ja, bei Mika auch. Ich fahre nötlich raus. Ach, das ist der Maxi-Mann hier auf so'n Traktor. Ja. Guckt ja mit dem Träger rum, ey. Oh, da ist noch einer Wir blockieren den Überweg, also wir sichern die Brücke Warum von da kommen unsere Leute? Das meine ich, deswegen sichern wir da jetzt Dass da keiner rüberläuft und die Fokze stört Sollen wir noch das Spawn halten oder sollen wir an der Fokze Nee, Spawn, 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 Spawn Oh Gott, zwei ZCB Sagt's doch mal, sechsmal, ganz schnell hintereinander MG bei mir im gegenüberliegenden Haus, nördlich meiner Position Mika, bei dir ist ein MG Ja, ich weiß Ich kümmere mich Hinterm Haus Hinterm Haus Hinterm Haus, Mika, direkt hinter dir Auf der anderen Seite von deinem, wo du gerade reingerannt bist Habt den, der ist hinten, wollte hinten rein, ist außenrum gelaufen Ah, der über die Straße runter Richtung West Feiner kommen nördlich rein, Vorsicht So, östlich kommen jetzt Feiner Die Biers beschimpfen sich erstmal ne Runde Wartet, wartet Wartet auch Nicht, nicht auf Ja, sicherlich Rally hot, rally hot Ja, Sven, du, der ist, dass der Rest in dem Sven, hinter dir, Achtung Einer hab ich Sven, die kommen hinter dir schon Ja, die an den Rally schon erwischt Einer ist da noch Ja, der ist da immer noch Aush Kriegen hier mega Beschuss Achtung, bei mir an der Leiche Ja, es war zu unseren alten Rally Da läuft noch einer mit einer MP rum Da draußen bei mir ist ganz viel los Kettengeräusch im Osten Der ist oben, Mika Gleich nicht mehr Drei Kilo Ja, hab ich hingeschmissen Achso, du Ja, der ist dort Von Karte überlebt Ist dort Nächster ist dort Ich bin gerade im Osten Im Osten Ich brauche hier langsame Unterstützung Ach, ehrlich jetzt, der hat mich weggeholt Wir kommen nicht hin Wieso nicht? Panzer deckt die Brücke im Süden Im Süden, okay Ich kümmere mich drum Spawned einer vor dem Osten Zyko kommt auch an Ja, jetzt nicht mehr Hier ist alles feind Also nicht mehr südlich Kannst den anderen weitergeben Da ist komplett alles Markus, hier bist du da hingekommen Hier ist ein Zaun Auf die Hacker Ich bin getaucht Und dann doch nicht Ich bin getaucht Ninja Style Hier bei mir Ninja Style Südlich in den Gebäuden Ist ein Tor Da kommst du an den Zaun vorbei Es kommt jetzt Artillerie drauf Ich könnte Glück haben Der Panzer guckt gerade nicht in meine Richtung Der Panzer guckt gerade nicht in meine Richtung Ich habe zwei Ladungen angehängt Aber die gehen nicht hoch Oh Na doch, du kriegst den Motor raus Das Problem ist nur Wenn du den Panzer berührst Weil das verpackt ist Fällst du um Na Mann, bei mir im Haus Vorsicht Oben bei mir im Haus Ach, das gibt es doch nicht Ja Timo, das Haus Auf das du gerade guckst An dem Panzer vorbei Vorsicht Da spawnen die drin Okay Da ist gerade einer rausgelaufen Scheiße Buggy ey Fuck Wo ist denn unser Panzer? Achso Der hatte sein eigenes Problemchen Timo, kannst du mich aufheben? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich versuch's Die sind immer nach nem scheiß Haus vor dir Ja, ich weiß Da kommen die auch rausgelaufen Ach Scheiße Sorry Mann Das gibt's doch gar nicht Das gibt's doch gar nicht Ich versuch's Oh Gott Ich versuch's Ich versuch's Alter, 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 Markus, 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 ja, 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 äh, Mika, ja, nördlich von mir, die, das Haus, das nördliche Haus, direkt das erste Haus über der Straße, zwischen dem und dem Haus links daneben, da kommt ein ganzer Squad die ganze Zeit rausgesiegelt. Ich glaube, die kommen oben aus der Mainbase. Yo. Alter, ich hab da gerade fett Action gehabt. Ja, dann der letzte Cap, ne? Oder wie sieht das aus? Mhm. Ja. Ja, easy. Oh, die kommen hier über die Flussseite. Die kommen hier, Stuka, Stuka, Stuka? Bei mir kommen die über den Fluss drüber. What the hell? Die haben... Ich hab noch gesagt, Stuka. Die haben da ne Fop gebaut. Das ist die Squad-Rage. Die sind mit den Lodgy hier an den Fluss gefahren, haben Nähe 66, ehemals 66, ne Fop gebaut. My God. Diese Sie, Sie haben da jetzt alles. Die haben da jetzt nicht. Bei mir kul� Musik. Äh! Die haben da! ницы hat man die Flussseite. kippt ähm markus mhm aus den anderen Gebäude bis zu dem Gebäude wo ich drin bin und dann durch das Gebäude durch kommst du kommst du relativ gut durch die spawnen tatsächlich irgendwo dahin ich prüf das mal und guck mal ob ich den den spawner rausnehmen kann Wir sind der Punkt, wir sind der Punkt, wir cappen, alle rein, schnell, schnell, schnell. Oh mein Gott, wir können es schaffen. Ich habe tatsächlich gerade mit der M3 auf 100 Meter jemanden getötet. Wie hast du das gemacht? Ich weiß es nicht. Fight Art, Fight Art. Mach mal ein Tutorial. Ja, echt mal, ne? Ich bin selber surprised hier. Fight Art, wurde gecallt, ne? Versteckt euch ein bisschen. Nice, Mika. Nice. You motherfucker, Teamkiller. Sorry, Mika. Stuka. 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 Gar nichts kann er. Er fängt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Ja, da brennt, schau. Oh. Ach, du bist das auch noch. Ja, die haben aber gut liegen gehalten bei dem Punkt hier. Ja, haben sie auch. Ich verstehe nicht, warum die den einfach so aufgegeben haben. Haben sie gar nicht. Wahrscheinlich haben sie einen Spawnfallon, der wichtig war. Ich glaube, Mika und Mörser haben da gut. Ja, bestimmt. Ja, ja. Die waren es, die waren es. Du lachst, aber so ist es. Ich komme aus Richtung unseres Rallys, aus Osten. Was? Was? Oh, thank you. Sorry, sorry, boys. Oh. GG. GG. Nicht schlecht. GG. Nicht schlecht. GG. 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 GG.